Hallo zusammen und herzlich willkommen heute zu meinem ganz spontanen News-Video. Ja, wie ihr schon gelesen habt, die Erfolgsgeschichte geht weiter. Der Krona 2021 wurde jetzt vorgestellt und um den soll es heute einmal gehen. Wir haben heute den 11.11.2020. Heute beginnt nicht nur die narische Zeit, sondern Hayuna hat auch mitgeteilt bzw. eine Pressemitteilung herausgegeben und den neuen Krona Electric vorgestellt. Und um den geht es jetzt hier um das Auto, wo ich bereits am 28.02.2018 ein Video darüber gebracht habe und das Fahrzeug vorgestellt habe. Und dann am 17.06.2018 mein bis vor kurzem erfolgreichstes Video rausgebracht habe, wo ich das Fahrzeug komplett einmal vorgestellt habe, wo die Markteinführung war und wo halt schon die Daten bekannt waren. Jetzt kommt Hyundai an und stellt das Facelift-Modell vor, was in meinen Augen zumindest wirklich sehr gut gelungen ist, was wirklich ein tolles Aussehen hat. Seit Markteinführung 2018 hat Hyundai mittlerweile rund 22.000 Krona Electric Bestellungen entgegengenommen und alleine 15.000 von diesen Bestellungen sind auf den Zeitraum Januar bis Oktober 2020 gefallen. Und das soll schon mal was heißen. Nicht umsonst hat Hayuna die Produktion des Kona Electric jetzt auch auf das tschechische Werk ausgeweitet, sodass der europäische Markt von da aus beliefert werden kann. Das Facelift für 2021 beinhaltet halt neben dieser wunderschön geformten neuen Nase, sage ich mal, mit der integrierten Ladeklappe, den Ladeanschluss für Typ 2 CCS, halt auch weiterhin LED-Tagfahrlicht und LED-Scheinwerfer. Dazu gesellen sich noch zwei Lufteinlässe links und rechts vor den Rathäusern, die dazu führen, dass unter anderem halt auch die Luftverwirbelung in den Rathäusern gemindert wird. Dazu gesellt sich noch ein kleiner Kühlergrill unten in der Frontstoßstange des neuen 21er Moldrails des Kona Electric. Neu ist bei Yuna jetzt auch, dass man zwischen 16 Außenfarben wählen kann, wobei acht Farben davon noch die alten, bekannten Farben sind und halt acht neue dazugekommen sind. Dazu gibt es dann noch je nach Farbwahl und Ausstattungslinie die Zweifarblackierung, wo halt das Dach entweder in Phantom Black oder Schalke White lackiert wird. Und was noch mehr ins Auge sticht, ist beim 2021er Modell ein 10,25 Zoll großes Instrumenten-Display, also ein digitales Cockpit, was jetzt verbaut wird mit digitalen Instrumenten, welches dann auch noch ergänzt werden kann, wahlweise mit einem 10,25 Zoll großen Display, Touchscreen-Display in der Mitte des Armaturenbrettes. Und ja, darüber kann dann halt auch wieder mit Android Auto und Apple CarPlay das Smartphone kabellos gespiegelt werden. Mit dem Telematik-System Bluelink kann der Hyundai Kona jetzt auch per Sprache, beziehungsweise sogar das Handy per Sprache, ja, angesteuert werden. Und über Bluelink kann man halt die Reichweite, den Akkustand und die verbleibende Ladezeit sich auf den Smartphone anzeigen lassen. Das innovative Batterie-Management-System gibt den Fahrer dann auch noch Auskunft über den Ladevorgang, beziehungsweise kann den Ladevorgang dann auch an die Abfahrtzeit anpassen. Das ist auch immer eine sehr schöne Geschichte, wenn man das einstellen kann und nicht immer gucken muss, dass man es rechtzeitig aktiviert oder auch nicht. Solange das Fahrzeug dann am Ladestrom hängt, kann natürlich auch der Ladevorgang gestartet oder beendet werden, beziehungsweise die Klimatisierung des Innenraums angesteuert werden. Ja, und im Innenraum hat der Käufer jetzt immer noch die Wahl zwischen Stoff- und Ledersitzen. Und bei den Ledersitzen gibt es jetzt auch eine in zwei Grautönen gehaltene Vollleder- oder Echtlederausstattung, wo halt die Sitze mit Echtleder bezogen sind. Und weiterhin gibt es auf den hinteren Sitzplätzen dann die Sitzheizung für die beiden äußeren Sitzplätze und ganz neu halt zwei USB-Anschlüsse für die Vorpassagiere, damit die halt auch mal ihr Handy oder Tablet aufladen können. Kommen wir jetzt mal zu der Reichweite und den Ladezeiten. Dadurch, dass die Homologation für Deutschland noch nicht abgeschlossen ist, gibt es momentan noch keine vernünftigen oder aussagekräftigen, sagen wir es mal so, Verbrauchswerte. Insofern kann man halt nur von den Daten jetzt ausgeben, die Hyundai hier angegeben hat. Und es gibt weiterhin die beiden Antriebsvarianten mit dem 39,2 Kilowattstunden großen Akku mit 100 kW bzw. 136 PS bzw. den 64 Kilowattstunden Akku mit 150 kW bzw. 204 PS. Die Höchstgeschwindigkeit ist abgeriegelt bei 167 Stundenkilometer für die große Variante und 155 Stundenkilometer bei der kleinen Variante. Die Beschleunigung schafft die große Variante mit dem 150 kW Motor in 7,9 Sekunden und die kleinere Variante mit dem 100 kW Motor in 9,9 Sekunden. Beide Motoren verfügen weiterhin über das gleiche Drehmoment von 395 Newtonmeter. Die Reichweite gibt Hyundai für die kleine 39,2 Kilowattstunden Variante mit 305 Kilometer an, was, wenn man das jetzt mal gegenrechnet, einen Durchschnittsverbrauch von 12,9 Kilowattstunden je 100 Kilometer ergibt. Bei der 64 Kilowattstunden großen Variante ist eine Reichweite von 484 Kilometer angegeben, was wiederum 13,2 Kilowattstunden Durchschnittsverbrauch auf 100 Kilometer ergeben wurde. Der Hyundai Kona Electric wird mit einem Drei-Phasen-Lader ausgeliefert, der bis zu 11 kW Ladeleistung aufnehmen kann und der ist sehr gemäßig bei der großen 64 Kilowattstunden Variante und wahlweise bei der 39,2 Kilowattstunden großen Variante erhältlich. Geladen werden kann dann DC noch mit bis zu 100 kW und wenn wir uns jetzt mal die Zeiten angucken, in denen geladen werden kann, dann haben wir bei dem DC-Laden, also bei dem Schnellladen von 10 bis 80 Prozent wird hier gerechnet mit 50 kW eine Ladedauer von 48 beziehungsweise 64 Minuten, je nachdem, ob es ja kleiner oder großer Akku ist. Und bei den 100 kW Ladeleistung sind es dann 48 Minuten beziehungsweise 47 Minuten. Wir können dann auch noch, wie gesagt, mit den Drei-Phasen-Lader laden. Bei 7,2 kW Ladeleistung sind es 5 beziehungsweise 8 Stunden und bei dem 11 kW Ladeleistung sind es dann 3,2, also 3 Stunden 25 beziehungsweise 5 Stunden und 30 Minuten. Wenn wir das Auto jetzt an der haushaltsüblichen Schoko-Steckdose aufladen mit 230 Volt, 12 Ampere, auch wieder von 10 bis 100 Prozent, dann schaffen wir das Ganze bei dem kleinen Akku in 13 Stunden und 20 Minuten und bei dem großen Akku in 21 Stunden und 30 Minuten. Das ist zwar eine sehr schonende Akku-Ladung, die man wirklich durchaus nutzen kann, wenn man das Fahrzeug nicht so häufig braucht oder nicht so häufig mit langen Strecken fährt, dann reicht das vollkommen aus. Und ansonsten für Schnellladen gibt es halt die anderen beiden Möglichkeiten. Das innovative SmartSense-Sicherheits- und Komfortsystem oder die Funktionen daraus, die gibt es auch beim 2021er Modell und umfasst halt so Funktionen wie autonomen Notbremsassistenten mit Fußgängererkennung, einen adaptiven Tempomaten mit Abstandsregelung und Stop-Funktionen, einen Spurfolgeassistenten, einen aktiven Spurhalteassistenten, eine Verkehrszeichenerkennung und einen Aufmerksamkeitsassistenten. Und beim 21er Modell kommen dann noch Funktionen hinzu, wie der Querverkehrswarner mit Notbremsfunktionen und einen Totwinkelassistenten mit Ausparkfunktionen. Bei beiden Systemen wird der Fahrer nicht nur gewarnt, sondern es erfolgen notfalls auch aktive Bremseingriffe, um halt einen Unfall zu verhindern. Neu ist noch die Funktion, die besonders Handy-Fummler sehr freuen wird. Wir kennen das ja, wir fahren ja des Öfteren alle mal irgendwie durch den Stadtverkehr und dann steht man an einer roten Ampel und es wird grün und vorne geht es nicht weiter. Ja, woran liegt das? Ganz einfach. Ja, der zweite, dritte, wie auch immer, der hat gepennt. Der fummelt noch an seinem Handy rum und hat nicht mitgekriegt, dass der Vordermann schon wieder losgefahren ist, weil es grün geworden ist. Und da gibt es jetzt halt einen Hinweis vom Kona, dass der Fahrer mal sein Handy wegpackt und endlich mal sich wieder auf den Verkehr konzentrieren kann und losfährt, sofern es noch grün ist. Ein weiterer interessanter Assistent ist hier auch noch drin. Das ist nämlich der Ausstiegsassistent, der akustisch vor heranfahrenden Verkehr warnt und sogar dazu imstande ist, die hinteren Türen zu verriegeln, wenn jemand versucht auszusteigen, obwohl da gerade ein Fahrzeug ankommt. Und jetzt gibt es noch ein, ja, Insassen-Alarm genanntes System, was ich ja total interessant finde. Sollte nämlich der Fahrer das Fahrzeug verriegeln, währenddessen sich hinten im Fond noch Insassen befinden, gibt es dann halt eine Rückmeldung vom Fahrzeug, sodass derjenige merkt, oh, ich habe da gerade jemanden eingeschlossen. Ja, was es auch jetzt beim Kona Electric gibt, ist das E-Call-Notrufsystem, welches sich automatisch aktiviert, wenn ein Airbag ausgelöst wurde, beziehungsweise welches auch manuell über einen Tastendruck angewählt werden kann, wenn halt irgendwie anders ein Notfall vorliegt. Ja, und das soll es dann auch schon gewesen sein vom heutigen News-Video, ganz kurz und knapp. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, hat euch ein paar Informationen erst mal vorab gegeben. Und ja, der Kona Electric wird übrigens ab Ende Januar 2021 im Handel sein. Und auch kurz vorher wird es erst die endgültigen Daten über Ausstattung und Preise geben. Also von daher werden wir uns zu diesem Thema mit Sicherheit noch einmal hier auf diesem Kanal treffen. Und es würde mich freuen, wenn ihr auch diesen Kanal weiterhin verfolgt und euch die Videos anguckt. Dazu könnt ihr natürlich diesen Kanal auch super abonnieren, damit ihr ja nichts verpasst. Und wenn ihr mir für dieses Video noch einen Daumen rauf da lassen würdet, wäre das richtig toll. Ja, und das soll es dann auch schon gewesen sein mit diesem Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, wie auch immer, wenn ihr dieses Video seht. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi! 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 Tschüssi!